Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Jesus! To! Me! Help! Ein fettner Applaus für Peter Pan! Das ist nicht Kärmi, Zedin von K-Pop! Ein fettner Applaus noch für Patrik! Wir möchten euch heute ein Lied vorsingen, einem die Ehre geben möchten. Und das ist Jesus Christus. Jesus! Jesus! Herzlichen Glückwunsch! Danke schön! Ich bin doch möglich! Herzlichen Glückwunsch! Ich bin nicht sicher als ein Lied. Vielen Dank.